Ich habe den Hirsch getötet. Ich sauf mal eine gute Runde. Ich habe den Hirsch getötet, nice. Ich bin neues Level, perfekt. Ich noch lange nicht, ich bin in der Hälfte. Gibt es den Kühlschrank überhaupt? Ich glaube schon, ja. Oh, hier war noch mal ein Reh. Sauerstoff niedrig. Komm nach Hause, Junge. Oxy Mist. Hast du jetzt Kleider hergestellt? Stimmt, nein. Oxy wieder aufgefüllt. Jetzt schmeiße ich hier mal ein bisschen Fleisch drauf. Konsumiere gekochtes Fleisch. Perfekt. Machen wir uns hier einen Holzbalken. Oh. Ich glaube, das Fleisch gibt es Holzkohle, ne? Mhm. Okay. Aber warum mache ich jetzt schon wieder so viele Holzbalken? ... 181 Holzbalken, was ist? Brauchen wir denn das überhaupt? ... ... Jo. Das Haus kann kaputt gehen, ne? Warum ist das wieder? Vom Sturm. Stimmt, da müssen wir noch was bauen, ne? Da war ja noch was. So'n Holzhammer. Oh ja, den kann ich... Ne, den kannst du bauen. Ah ne, ich. Ich brauche dafür Steine. Ich habe den zweiten. So, da. Nice, danke. Die Truhe rechts übrigens ist für Oxy hier. Ja, die Truhe links geht gleich kaputt. So, jetzt nicht mehr. Gut, ich hole mal noch bisschen Holz. Oh, ein Hirsch. Headshot. Oh. Ui. Riesendistanz-Headshot. Ja, jetzt kommen die Headshots. Was bringt der Sortierbutton eigentlich genau? Nichts. Wirklich? Also, im Inventar schon, aber in der Kiste nicht. In der Kiste kannst du den Sortierbutton finden und passiert nichts. Okay, ich jag mal ein bisschen Reh. Scheiße, hat nicht geklappt. Hast du jetzt, hast du jetzt die Kleidung gebaut? Äh, so. Zwei davon. Zwei dort von. Zwei hier von. Und zwei davon. Weil die Kleidung hilft uns natürlich auch übelst weiter. Jo. Kannste... Komme. Ich habe eine Überlegung. Lass uns einen Hasen töten. Den liegen lassen, dass Wölfe kommen wegen Fell. Achso. Also, ich muss ein paar Holzrampen bauen. Für Dächer. Also, jetzt gibt es hier ein Dach. Auf neun. Wumms. Wumms. Ähm. Ähm. Spiel. Du fuckst gerade. Fix gerade meine Logik. Was ist los? So, jetzt. So, Dach steht. Ähm. Wumms. 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 Pflanzen, Lilie, Kaffee. Du kannst auch die Holzbalken quer, äh, reinbauen. Achso. Sieht, wow. Sieht sehr schön aus. Ist auch cool. So. Sieht gut aus. Also, ich habe jetzt noch drei Skillpunkte, die ich vergeben kann. Also, ne Wasser. Ich kann ne Wasserbombe. Chance, dass Projektil kaputt geht. Wurfgegenstand gegen Brandbekämpfung. Okay. Äh, ein, ein Holzschild. Ein Langbogen wär nicht schlecht. Der macht mir Schaden, ne? Hat was. Den und ein Holzschild. Die zwei Sachen. Und dann, was brauchen wir noch? Tier. Ein kleines, robustes, präzises Schneidewerkzeug. 100% Ertrag durch Heulen. 100% Chance beim Heuten Kreaturtrophäen zu erhalten. Ja, dann das noch. Talente. Ertrag durch gefällte Bäume erhöhen. Gut. So. Also, für mich wird es jetzt Zeit. Für. Wände. Und eine schräge Holzwand. Äh, wie wird es blieb ab? Eine Werkbank. Dafür brauche ich viel mehr Holz und Steine. Die wäre auch nicht schlecht. Ausdau ist auch besser, je mehr man frisst. Aber die Leben, ne? Das ist das Lebensgelingste. Hast du mir den Shelter noch? Oder hast du den in die Kisten getan? Äh, in die rechte Kiste bei der Feuerstelle. Okay. Dann nehme ich mir den gleich noch heraus. So, wenn das Haus steht, können wir ja mal dann Richtung den Punkt gehen, den sie da markiert haben auf der Map. Mal schauen, was das tut. Ich bin gleich, äh, eventuell, ne, gleich nicht. Aber ich habe jetzt das Defizit vielleicht eventuell dann irgendwann mal aufgeräumt. Vom Level? Ja. Ah, ich bin schon im Next Level. Ich bin schon im Next Level. Ich noch nicht. Lange nicht. Ich bin Level 14. Und du? 10. Ach, das ist glaube ich. Aber das stimmt. Da war ja was wegen... Die eine Session, die wir aufgenommen haben. Wo du ja eine halbe Stunde lang verzweifelst. Versucht hast, immer wieder zu Dinge zu kommen. oh ein wolf ein wolf ein wolf ein wolf komm her wolf wir spielen golf okay das ist mir neu dass ein wolf golf spielen kann ich habe eine gemse unter wasser getötet what the fuck du pfeile können unter das wasser also aber so ich habe damit nicht gerechnet jetzt müsste doch der wolf kommen oder nein okay stealth attack ich habe mir jetzt einen hirsch getötet ich habe zweieinhalb attack im arm stealth attack aber er ist nicht gestorben mein gott aber jetzt wo ich den hirsch getötet habe dann müsste doch jetzt ein wolf kommen oder wenn er möchte vielleicht keine ahnung ja da kommt er so berechenbar sind die mittlerweile so zwei wölfe getötet ein dritter kommt zähl ich brauche deine hilfe wo die sind andere seite des flusses okay ich sehe dich aber das dauert noch eine runde ne kein ding also ich habe jetzt glaube ich habe jetzt drei wölfe getötet ich habe weißt du wieviel fälle ich gerade dabei habe ich habe auch gerade einen wolf umgebracht der ein reh umbringen wollte ich habe aktuell ich habe ja weil die gemse irgendwie im wasser liegt da oder nö die wollte trinken okay wo ist der hirsch der hirsch liegt hier noch gut dann kann ich den jetzt einsammeln neben dem kürbis gut perfekt ey wird das immer kaputt ausdauer braucht digga chill so 200 knochen das heißt till brauchst du pfeile ja wäre schon wieder was okay komm her schau mal guck mal da kannst du gut untersuchen hier bitteschön im wasser liegen die pfeile irgendwo na toll die waren hier irgendwo ich glaube im wasser ist es nicht so klug ja das habe ich jetzt auch gemerkt hier ich gebe dir gleich komm her nein ich habe essen in die in die ich stehe vor dir habe sie fahren gelassen gefunden gesehen ich stelle mir jetzt mal knochenpfeile her ein wolf ich habe nämlich noch keine munition ja gut danke dir ich glaube wir haben jetzt genug fälle für schlafplätze kann das sein hoffe auch also ich habe da ähm wie viel habe ich mit dem inventar einunddreißig reicht für ein voll die einunddreißiger 117 steine im inventar übrigens den defizit habe ich jetzt von level 10 auf ausgebessert ich bin schon bald bei level 15 komm es dann gleich äh level 11 wenn die ausdauer mal nicht so scheiße wäre also komm til wir gehen jetzt pennen warum ich habe nicht mal puh geklickt das ist so assi stealth perfekt gemse tot level 11 juhu nice herstellung ja ich brauche stöcke und fälle ähm oxy nehme ich mal raus platziere das hier drin oxy kommt wieder hier rein gut dann stelle ich eine werkbank her oh rohes fleisch habe ich ganz viel shit warum ich klicke nicht mal kuchen also til ich äh packe mal die fälle die ich habe in die kiste dann kannst du zwei betten machen so okay noch stöckchen stöckchen sind in der kiste hier perfekt ah schon wieder falsch juhu mh Vielen Dank.